Herzlich willkommen im Technikzentrum Nadelberg in Ostfriesland. Wir planen und realisieren für Sie ganzheitliche energetische Gebäudetechnik. Individuell, gewerkeübergreifend und zukunftsgerecht. Schauen Sie in eines unserer Showrooms vorbei. Ganz gleich ob Türkommunikation für das smart vernetzte Haus, ob Heimkino, TV oder Audio. Bei uns finden Sie eine große Auswahl exklusiver Lösungen. Von moderner Klimatechnik über intelligente Gebäudesteuerung bis zu modernem Baddesign. Oder wie wäre es mit einer unverbindlichen Übernachtung in unserem Smart Hoos? Lassen Sie sich beraten und inspirieren und entdecken Sie auf über 130 Quadratmetern die ganze Welt der intelligenten Haustechnik an einem Ort. Umfassende Logistik Erstklassiger Service und individuelle Installation. Alles aus einer Hand. Das ist unsere Stärke. Unser Erfolg hat viele Gesichter. Denn wir sind ein gewachsenes Familienunternehmen. So verbinden wir innovative Technik mit Ihren Ideen für ein perfektes Zuhause. Tag für Tag.